Moin und herzlich willkommen bei uns heutiges Thema, die sieben Prinzipien des Überzeugens. Bevor wir starten, würde ich mich freuen, wenn du einmal auf meinem Blog vorbeischauen würdest, andreasobink.de. Dort findest du mittlerweile über 300 kostenlose Artikel rund um das Thema Marketing. Dort ist auch dieser Artikel entschieden. Aber lasst uns einmal starten. Hier findest du einmal die sieben Prinzipien von Robert Gaiadini zusammengefasst. Im Online-Marketing geht es darum, die Käufer von deinem Produkt oder deiner Dienstleistung zu überzeugen, damit diese konvertieren. Aber wie gelingt dir das? Robert Gaiadini erstellte 1984 die sechs Prinzipien des Überzeugens, welche jetzt um ein siebtes Prinzip ergänzt wurden. Er ist ein amerikanischer Psychologe und Professor für Psychologie im Marketing der Arizona State University und Geschäftsführer des Beratungsunternehmens Influence at Work. Sein bekanntestes Buch, die Psychologie des Überzeugens, verkaufte sich bereits über drei Millionen Mal und wurde in 30 Sprachen übersetzt. Welche sind denn jetzt nun die sieben Prinzipien? Prinzip Nummer 1. Reziprozität. Über dieses Prinzip habe ich auch schon mal einen Blogartikel geschrieben. Dies ist eine der am stärksten verbreiteten Normen in der menschlichen Kultur. Hierbei geht man im ersten Schritt etwas aus, bevor man eine Gegendeistung erwartet. Der Empfänger möchte im Anschluss mehr zurückgeben, als er bekommen hat. Das Prinzip wird verstärkt, wenn das zuvorgegebene unerwartet relevant und individuell ist. Auch bei Kompromissen findet das Prinzip Anwendung, in dem eine überzogene Forderung nach Ablehnung abgeschwächt erfolgt. Beispiele für dieses Prinzip ist eine kostenlose Testversion oder in der stationären Welt die Probierständer. Beispielsweise, wenn man in einem Kaufhaus etwas kostenlos angeboten bekommt, greifen danach sehr viele Menschen zu dem Produkt einfach aus dem Prinzip der Gegenseitigkeit. Prinzip Nummer 2. Liking. Also Sympathie. Durch persönliche Sympathie sind wir leichter zu überzeugen. Vertrautheit, Ähnlichkeit zum Nutzer sowie Lob und Anerkennung sind die wichtigsten Faktoren für Sympathie. Ein Beispiel hierfür sind authentische Testimonials, mit denen sich der Käufer identifizieren kann. Prinzip Nummer 3. Soziale Bewerter als Social Proof. Hier dient der soziale Herdentrieb als Orientierung bei der Entscheidung der einzelnen Personen. Das Verhalten anderer wird beobachtet und nachgemacht. Es gilt die Annahme, dass eine große Menge an Käufern bei einem Produkt nicht irren kann. Beispiele hierfür sind Kundenbewertungen und als Bestseller gekennzeichnete Produkte. Prinzip 4. Autorität. Wir tendieren dazu auf bloße Symbole, wie zum Beispiel Autos, Titel oder Kleidung, statt auf die Autorität selbst zu reagieren. Die Vertrauenswürdigkeit sowie der Expertenstatus der Autorität stehen hierbei an erster Stelle. Beispielsweise sind Trustsiegel, Auszeichnungen und Titel von Autoren eines Artikels. Prinzip 5. Verknappung. Scarcity. Knappe Güter werden als wertvolle erachtet, da diese nicht unbegrenzt verfügbar sind. Dieses Phänomen wird auch als Fear of Missing Out, also FOMO, bezeichnet. Dies wird durch eine mengenmäßig oder zeitliche Verknappung erreicht. Verstärkt wird das Prinzip beim Gefühl, sich in eine große Konkurrenz mit anderen zu begeben. Ein extremes Beispiel ist eine zeitlich befristete Aktion mit einer limitierten Stückzahl, wobei der Lagerbestand in Echtzeit sowie die Interessenten, welche sich ebenfalls für das Angebot interessieren, angezeigt wird. Prinzip 6. Commitment. Unkonsistent. Wir streben danach, in unseren Worten, Taten und Überzeugungen konsistent zu sein. Wird ein bestimmter Standpunkt vertreten, ist man eher bereit, einer Bitte nachzukommen, wenn diese im Einklang steht. Ein Beispiel wäre eine Empfehlung an seinen Freundeskreis für ein Produkt oder ein Service. Prinzip 7. Zusammengehörigkeit, also Unity. Hier geht es im Gegensatz zur Sympathie um das Wir-Gefühl. Dies kann auf verschiedenen Ebenen wie Familie, Ort oder Religion ausgelöst werden. Ein Beispiel wäre eine personalisierte Landingpage mit Bildern der Stadt des Besuchers. Übertragen wir jetzt die Prinzipien auf die Customer Journey. Beispielsweise erster Kontakt mit dem Anbieter, Reziprozität, Zusammengehörigkeit und Sympathie. Dann Interesse am Angebot, aber Unsicherheit, soziale Bewährtheit und Autorität. Und zum Kaufbewegen, Verknappung und Commitment. Du siehst, mit diesen sieben Prinzipien kannst du durchaus einen großen Teil der Überzeugungsarbeit für dein Produkt oder deinen Service leisten. Schau dir einmal alle sieben Prinzipien an und schaue, welche davon deine Dienste erfüllen. Sowohl die Webseite, als auch die Werbung, als auch das Produkt oder der Service selber und die Kommunikation. Viel Erfolg bei deiner Kampagne und wir hören uns beim nächsten Mal.